Herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Business Ganz Einfach, die Show, wo wir euch die wirklich wichtigen Dinge, die man in der Geschäftswelt lernen können und wissen muss, erklären, die einem leider nicht in der Uni beigebracht werden. Ich weiß es, ich habe BWL studiert, kann man sich sparen. Heute geht es um das Thema, welche Art von Kosten kann man steuerlich absetzen, halt über die Firma laufen lassen? Quasi wie, wann zählt es als Geschäftsessen, so eine Sache halt. Also da gibt es vom Prinzip her, ich sage mal, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also es gibt immer die Möglichkeit, ich kann, man muss, ich sage immer, man muss irgendwo auf dem Teppich bleiben. Das Thema zum Beispiel Geschäftsessen ist immer so, klar, wenn ich mit dem Kunden essen gehe, dann kann ich das absetzen. Es gibt so eine gewisse Regel, die man sagen kann, der Spesenbetrag, also das, was man über Essen oder Übernachtung und so weiter macht, sollte nicht mehr als 2% des Umsatzes sein. Das heißt, wenn ich im Jahr 100.000 Euro Umsatz mache und ich gehe für 200.000 Euro essen, dann wird das Finanzamt sagen, das kann irgendwo nicht passen. Also es sollte dann irgendwo, sollte das schon irgendwo angemessen sein, es sollte irgendwo in dem Verhältnis stehen bei 2%. Wenn man generell als Kosten, man kann eigentlich alles, was die Firma letzten Endes braucht oder was ich für die Firma brauche, kann ich grundsätzlich immer über die Firma auch kaufen. Ich muss es dann wieder, wie bei dem Thema Abschreibung, ich muss es über eine gewisse Zeit abschreiben und, und, und. Prinzipiell kann man aber alles erstmal machen. Ob das Finanzamt es bei einer Steuerprüfung nachher anerkennt oder nicht, hängt stark auch von dem Finanzamt ab, also wo man sich gerade befindet. Es gibt Regionen, wo die Finanzämter sehr großzügig sind, es gibt Regionen, wo die Finanzämter, auf Deutsch gesagt, Arschlöcher sind. Wie hier. Ja, wie hier. Also das ist immer so ein bisschen abhängig, wo man eben sitzt. Grundsätzlich gilt zu sagen, dass Finanzämter in Großstädten immer wesentlich großzügiger sind als Finanzämter auf dem Land oder außerhalb. Also je kleiner das Finanzamt, desto, ich sage es mal bewusst, desto neidiger sind wirklich die Finanzbeamten. Das ist leider Gottes wirklich so und das hat sich auch im Laufe meines Berufslebens bewahrheitet. Gut, ansonsten, ihr könnt, ich sage mal, ob das eine Sauna oder ein Jacuzzi ist, ich sage mal Volkswagen, hat ein Fitnesscenter für seine Mitarbeiter. Also wer will nachher festlegen, was ich für meine Mitarbeiter tue? Ich muss immer nachweisen und dokumentieren, dass das auch wirklich jeder nutzen kann, dass die Mitarbeiter es nutzen können. Oder ich muss im schlimmsten Fall eben nachweisen, dass es die Firma auch benutzt. Also es gilt im Falle einer Steuerfahndung gilt immer die Beweislastumkehr. Das heißt, ich muss nachweisen, dass ich es wirklich für die Firma nutze. Also nicht das Finanzamt muss es mir nachweisen, sondern ich muss nachweisen, dass ich es auch wirklich für die Firma benutze. Also alles, was ich für die Firma brauche und wenn das, ich sage mal, ein Müsli-Riegel ist, den ich meinen Kunden anbiete, dann kann ich die Müsli-Riegel auch über die Firma kaufen. Also ich kann, ich sage jetzt mal ganz krass, ich kann Kondome über die Firma kaufen, wenn ich einen Nachtclub habe. Klar, also all das geht letzten Endes. Es gibt gewisse Dinge, da wird es dann immer ein bisschen strittig. Also ich sage mal, wenn ich jetzt sage, ich kaufe die Damenbinden für meine Mitarbeiterinnen, weiß ich nicht, ob da das Finanzamt mitgehen würde. Also grundsätzlich gibt es immer eine Regel, was ich immer sage. Ich sage, grundsätzlich immer probieren. Mehr als rausstreichen kann das Finanzamt nicht. Also Sie können es nur rausstreichen und man muss sich nur dann darüber im Klaren sein, dass ich das Geld nachher danach versteuern muss. Also das ist ein gewisses Risiko, gerade jetzt in der momentanen Zinszeit, weil man muss sich immer darüber im Klaren sein, das Geld wird nachher mit 6% verzinst. Also das heißt, wenn ich eine Steuerprüfung 10 Jahre rückwirkend eine Steuerprüfung bekomme, muss dann für 10 Jahre das Geld mit 6% verzinsen, kann das Ganze teuer werden. Also wenn es jetzt irgendwie ein Auto wäre oder so, das nicht. Ja, man muss sich da also wirklich genau überlegen, was man tut, ob man das Risiko eingeht. Es ist bei mir immer so, dass ich sage, wenn es kleinere Sachen sind, am Versuch ist, meistens geht es auch durch. Und ich sage mal, wenn man nachher 100 Sachen gemacht hat und das Finanzamt erkennt 80 an und 20 streichen sie raus, dann war es gut. Es gibt andere Firmeninhaber, die sagen, wir machen gar nichts. Da sage ich immer, das Finanzamt muss auch was finden. Also dann deshalb immer besser ein paar Kleinigkeiten rein, damit der Prüfer auch was finden kann. Und dann ist das besser, als wenn man gar nichts hat. Also immer ein bisschen was rein. Aber das muss man nachher, da muss man wirklich ein bisschen abwägen, wie viel man macht und was man macht. Und wir werden nochmal eine Folge machen, weil ich gerade das Finanzamt verklage. Da werde ich euch dann mal erzählen, um was es geht. Da geht es genau um dieses Thema und da machen wir aber nochmal ein separates Video von. Super. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt und wisst jetzt, was genau ihr über die Firma gelten lassen könnt und was nicht. Das war es wieder mit der Folge Business ganz einfach. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich habe auch was gelernt heute. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst die uns gerne in den Kommentaren da. Und wir werden sie bestmöglich beantworten. Vielen Dank. Ciao. Bis zum nächsten Mal.